Ja hallo Sony, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft! In Draenor, wer hätt's gedacht? Und dabei ist er... Swifty? Ja hallo! Swifty, 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 Swifty! Und wir haben hier eigentlich beinahe alles fertig. Der Vogel fehlt uns! Ja der Vogel fehlt noch, aber wie gesagt die Quests hab ich ausgelassen bis ich 100 war. Okay, ja dann willst du jetzt drüben die Quests noch abgeben oder willst du direkt runter zu dem Rufzeichen, die die Geschichte weiterführt? Drüben die Quests noch abgeben, oder? Können wir machen, ja. Das ist ein Erfahrungspunkt. Das ist eigentlich meine Hydra, achte aus dir. Ja, ich schon meine Hydra, ne? Du und deine Hydra, ihr zwei. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die ja? So, jetzt irgendwie wieder auf die Straße kommen. Ja, ich bin auch irgendwo so... Ja? Ja. Wir werden uns wohl... Ich hab den Vogel! Ich hab den Vogel! Scheiße! Vogel! Vogel! Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere ich am Arsch hab. Ja ist egal, ich hab den Vogel. Also ich hab den Vogel. Ja hab ich ja auch. Wir sind aus zwei verschiedenen Richtungen drauf los. Wir haben ungefähr die halbe eiserne Horde mit angezeigt. Aber wir haben den Vogel. Ja? Äh, gleich abgeben oder später abgeben? Na gleich, oder? Ja, können wir gleich mal. Ich kann ihn, ich kann ihn häuten. Cool. Achtzehn! Leder! Ui! Mehr bitte! Ja dann! Äh, wo darfst du hin? Wo? Die Quest abgeben! Vom Vogel! Vom Vogel die Quest abgeben, okay! Ja sicher, wenn wir die schon fertig haben... Man weiß ja nicht, ob da nicht noch ne Folge-Quest kommt. Nö. Oder so. Außerdem bekommen wir ein... Ah, alter, neuer Zauberstab unten. Mhm. Oder... Ne, dann nehmen wir lieber die Teile. Sieh jetzt in Ehe! Und waren auch 18.000 db, hallo? Ah ja! Nicht von schlechten Eltern! Nicht von schlechten Eltern! Ah, die Wumme! Er mag nicht schießt! Er mag nicht schießt! Aber mein Damage wird so dermaßen an die Decke knallen! Oh! Ich muss schießt, Mark! So! Jetzt habe ich eine Knarre am Rücken! So! Ich bin ein Bogenjäger! Ein, wo bist du? Bist du noch immer oben? Ja, ich habe gerade abgegeben und mich ausgerüstet! Äh, okay! Ich bin schon fast zu unten! Mhm! 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 Wo bist du? Da bist du? Ei, ei, ei! Habe ich mich konkret verlaufen? Äh... Ja, falsche Richtung? Ja, ungefähr! Ja, das war halt nur 500 Meter vom Weg ab! Nur ein bisschen! Minimales Pinzellchen! Dann kann ich mich wenigstens... Dann beschwert sich wenigstens keiner, wenn ich hier das Erz abbaue, ja? Ich baue dir schon wieder Erz ab! Miene! Aber warum nicht mitnehmen, wenn es schon da rumliegt? Wieso packt das teilweise rum mit den Erzen? Oh... Oh... Hier ist noch einiges noch so ein bisschen... Oh... Hi! Oh... Oh... Jegliche erliebende Schaden um 25% verringert ist auch nicht übel! Hm, aber nur für 50 Sekunden noch! Ja, genau! Wow! Was für ein Buff! Den du zufällig irgendwo am Boden findest und glücklich sein musst, dass du den auch benutzen kannst! Ja, für 50 Sekunden! Ja! Für 50 Sekunden! Für 50 Sekunden! Äh... Ja! Geradeaus weiter! Ah! Da! Da! Questabgabe! Ja! 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 Und da sind auch sicher... Ja! Ein Flugpunkt! Cool! Wow! Woki woki! Woki woki! Woki woki! Woki woki! Oh! Jo! Flugpunkt! Woki woki! Woki Woki! Woki woki! Woki woki! Woki woki! Wie sohn Sohn! Chris Ben! Ah ja okay, da müssen wir wieder auf so'n Ding drücken! Wart mal! Cut ziehen wahrscheinlich! ich ja wo da kann ich nicht drücken jetzt kann ich jetzt waren wir orks verschiedener klaren wir stritten uns um welzend während diese welt uns hätte gehören können heute als ein klan kann sich kein feind gegen die eiserne horde behaupten auch ein tausend jahren Die eiserne Flut bricht über sie herein. Okay. Und abgeben. Ich denke immer wieder bei solchen Dingern, wenn die da so predigen und labern und tun, da sag ich immer nicht quatschen. Machen! Wenn ich die Wälder erobern will, dann war ich sie nicht vorher vor. So, in den acht, in denen wir gekapert haben. Ja. Und jetzt gehen wir da rein aufräumen, mein Freund. Genau, machen wir den Kulasch. Die hatten zwei coole Fähigkeiten. Kuelle. So, schönen guten Tag. Hier ist die Putzkolle. Ja. Wo seid ihr denn? Todeschno. Das sind aber wenige. Hallo? Ich fliege mal dahin. Ja, ich stehe jetzt. Ja, ich stehe jetzt. Ich hab sie. Ich hab sie. Ohohoho. Bangerang! Ja, genau. Zwei ist cool. Zwei ist sehr cool. Und mitten rein in die Gruppe. Yeah! Yeah! Boom! Boom! Da haben wir auch noch eine Gruppe. Und... ...tot. Juhu! Juhu! Pfff! Ah, ist schon cool. Cool ist das, wenn du ganz kurz fliegst. Äh... Direkt hier abgeben und die neue annehmen. Ja! Du hast beenden. Und eine Waffe, die mir nichts bringt. Haha! Äh... Ich wurde abgemacht. Ich auch. Wow! Ich stehe hier vor einem Elite-Fiech. Ich bin mitten im Wasser gelandet. Ich glaube, ich glaube, was ist jetzt kaputt? Den müssen wir töten. Okay. Und die Alte müssen wir töten. Was für ein Stress. Aber beide müssen wir töten. Ja! Aber der ist schon mal down und jetzt geht's auf die Alte zu. Ja! Wohl! So! Perfekt! Geht hüttel und rüttet! Ja! Das war's, oder? Die Quest? Ja! Können wir mal zurück? Ja! Ja! Jetzt wieder... Jetzt... Na, was sonst? Äh... Hier stehen jede Menge Monster rum. Monster! 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 They have a heavy monster sound! Monster sound! Monster! Monster! Ja, genau! Keinster Kandel! So! Da rüber, da runter, da rauf! Ah! Ich hab'n schönen Kamillentier mit einem Pfefferminzbonbon drin! Pfefferminzbonbon! Pfefferminzbonbon! Bonbon! Der Pfefferminzbonbon! Der Pfefferminzbonbon! Das wird der Frostwölfe! In meiner Princess-Tasse! Und schon wieder eine Aufwertung bekommen! Ah! Geil! Jetzt läuft's aber! Chris beenden! Wir müssen mit jemandem am Tor sprechen! Oh! 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 Ich hab' schon mal eine Gänsehaut im Voraus! So! Guckst du? 55, 56! 55, 56! Ich muss jetzt dann wieder mal annehmen! Ja, sorry! Ich hab' bis jetzt geguckt! Okay! Das mit den Aufwertungen ist schon geil! Ist das ein Gebäude? Wie gesagt! Ja, ist ein Gebäude! Krass! Das ist ein Gebäude in der Galision! Okay! Da bekommst du eben andauernd irgendwelche zufälligen Aufwertungen für so Gegenstände! Und das wird dann von Stufe zu Stufe besser! Guck mal frei! Guck, guck! Mein Lieblingshäuptling! So frei! Verteidigt die eiserne Horde aus... vertreibt die eiserne Horde aus Schadrat! Okay! Schadrat war jetzt meines Erachtens eigentlich ganz woanders! Okay! Wem müssen wir folgen? Müssen wir doch mit einem quatschen? Nee, Phase 1! Ich weiß! Komm hier! Hallo! Hier! Hallo! Guck mal! Ich hab jetzt schon Gänsehaut! Ich weiß warum! Okay! So, Phase 1! Ja, genau! Da sind wir richtig! Dann quatschen wir mit dem! Phase 2! Reinhüpfen! Jawohl! Ich kann lenken mit dem Ding! Alter! Voll durch die Leute! Vollgas! Wo muss ich jetzt überall hin? Wir müssen den Hafen erreichen. Der Hafen ist hier un... Recht! Okay! also da wo es am meisten zerstört ist dann müssen wir hin perfekt ich drehe noch ein paar runden bis du da bist bei wegen und so ich nehme die ganze habe ich schon mal erwähnt dass ich nur über alles liebe wir müssen jetzt hier bei ihm bleiben genau für die 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 wiederholung sehen schade dass ihr gerade nicht im live stream seit hier in den kreis da wird man geheilt glaube ich ja ich werde sogar größer müssen auf jeden fall unseren erzmager hier beschützen ja passt das kann man ruhig beschützen was packt man schon nicht unvorsichtig werden immer genau ohne hirn einfach drauf immer mitten in die fresse rein so so langsam müssen wir mal hier oberwasser bekommen wir hatten nicht mehr lange durch also ich stehe hier bei ihm und es ist alles safe leute können weitermachen macht mal macht mal hier haut mal rein auf die kacke immer hörst du drauf ich bin dabei hat einer eine idee wieso ich 39.000 dps mache ich muss mich ausruhen das flackschiff ist vor uns stoße zu euch wenn ich wieder bereit bin einfach zu uns stoßen wenn er bereit ist ok wir müssen den blauen ding danach welchen blauen ding da in dem dem drenai ich werde nicht der maßen viele unschuldige das ist einer der warlords ich werde drenor brennen sehen ihr verräter aber nie wir kümmern uns um schwarzhausen ok dann brot uns mal dahin sag bescheid wenn ihr zum feindlichen schlachtschiff teleportieren wollt ja jetzt teleportier uns mal jippie vollgas wir schlagen die mir zufresser ein wir schlagen die mir zufresser ein hallo direkt bewegt bitte ja nichts hin hallo wir wollen da bekommt man hier bonusmeilen oder ja werden von der karte abgebucht ah hierhin müssen wir ähm das sehe ich anders lass mich an die kanone ran also wir können hier lauter so kleine dings und aufheben und schmeißen ja genau ja aber doch das macht irgendwie episch damage aber das ist ja ein arsch da kannst du genauso gut auf dein pad drauf heizen ja genau schaden raushauen ja das mache ich auch hin und wieder wenn meine frau nicht zu hause ist sie doch nicht hand anlegen ja nicht von dem orc das ist ja nicht mehr du hast keine ahnung alter ja ja das ist ja überhaupt wir werden schwarz faust gebraucht ich will euch hinüberbringen seid ihr bereit zeuge feuer macht verrat jetzt geht's auch schwarz hauslos in die fresse ha wo ist die sau wir haben angefangen wir müssen uns gleich mal hinter den stecken hinter den vielen wenn der irgendwelchen flächenschaden raus glaube ich okay irgendwie sehe ich den dem sein lebens balken nicht senken so wie jetzt hat er mich im visier wo sich hinter so eine kugel ja schluck dich nicht aufgabe abgeschlossen es ist vorbei niemand hätte das überleben dieses schiff geht gleich in die luft bringen wir uns in sicherheit richtet die kanone aus wir schicken beide schiffe auf den meeresgrund im licht sind wir eins nun wird mir klar du warst nie einer von uns du wotan unser band ist eisern aber ihr seid so einfach zu brechen was willst du kleines mädchen dein leben die kanone ist in position feuer bereit auf meinen befehl wie arrogant dass du glaubst du allein könntest mich besiegen zusammen zusammen halt sie leben noch ich habe sie ihr werdet alle sterben nur du nur du ja ist das geil ja es tut mir leid leute aber ich befürchte ihr habt das jetzt nicht gesehen der wiederholung nein leider nicht also ich denke ich werde es zwar versuchen mit dem video hochzuladen habe ich befürchte das wird jetzt gesperrt also jetzt weltweit gesperrt müssen wir es wieder runter holen und dann schneiden und dann ja ja sorry alter geil und ich muss dir sagen du musst dir die die mal auf youtube angucken bei den videos die komischerweise nicht gesperrt werden habe ich nicht warum aber da sind die auf englisch und auf englisch kommt ein viel viel besseres feeling rüber wie auf der deutschen übersetzung ok wo sie nämlich gesagt hat sie will sein leben hat sie in der englischen übersetzung gesagt sie will sein kopf also ja ok kleines mädchen dein kopf also ja gut wir sind hier ja portal nach thalador können wir machen geil ach ehrlich fertig machen wir generell cut mal ne kurze pause vielleicht wir werden uns zusammen quatschen ob wir noch vielleicht ne runde machen oder nicht lasst euch überraschen ok dann willst du mit verabschiedung oder genau ein Foto ja dann hätte ich gesagt ich verabschiede mich aus der epischen Aufnahme von let's play world of warcraft in drainer und mir bleibt nicht viel zu sagen außer es hat mich gefreut dass ihr es gesehen habt ich hoffe ihr seht uns bald einmal wieder ich wünsche euch was tschüss mit dir und tschau mit dir ja bis zum nächsten mal mein spiel hört und sieht sich tschüss 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 uuuuund raus tschüss 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 tschüss